So, nachdem jetzt meine Festplatte voll war und ich schnell mal die Dateien, die ich nicht mehr brauche aus dem letzten Videos, gelöscht habe, ähm, ja, wird das wieder funktionieren? Ich meine, jetzt sind wieder 320 GB frei. So, ein bisschen eben. Trau nie einem Stracci. Diese Kerle sind Tiere. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Was kennen die mir alle jetzt jetzt? Moment. Ja, und, was hilft mir das jetzt? Oh, jetzt, äh, kriege ich jetzt schon? Moment. Jetzt schon? Jetzt schon kriege ich so viel Respekt entgegengebracht. Und, dass ich... Wow. Hier mit den Schlüssel. Das ist der Hammer. So, Karte. Mal sehen. Ähm, ja, ich soll's so, ähm, zum Don. Allerdings hatte ich mir jetzt überlegt, versuche ich nochmal hier das Viertel ein wenig mehr den Corleones einzuverleiben. Denn, dann hätten wir, also wir haben ja generell jetzt schon die Übermacht in Little Italy, was für eine, ja, sizilianische, demnach italienische Mafia wohl auch standesgemäß ist, dass wir dann eben in Little Italy herrschen. Von daher einmal kurz gespeichert und nochmal probieren. So, und zwei ist einfach nur, zumindest für die einen hier, äh, hier runter. Und dann gucken wir euch hier vielleicht mal, ja. Oh, ach, bis nach 100 noch was Gewerksamkeit ist natürlich nicht so schick. Okay, aber, das passiert manchmal. Mal rein hinten in die Ecke. Mal da noch nicht rein. Wow, ich will hier doch keinen externen umbringen. Das wäre nicht so schön. Komm schon, gib es mir! Oh, den hab ich gar nicht richtig erwischt. Was machst du da? Was ich hier mache? Ähm, ein Geschäft übernehmen, aber gerade eher einen Menschen töten. Warum? Interesse? Kann ich auch mit ihr machen. Da gibt es zwar keinen Sinn, das mit ihr zu machen, aber es würde gehen. Und zwar, dass hier die... Bitte, ich will keine Ärger! ...komische, die... Ähm, was mal lieber... ...so was hier... ...unter dem A. Mal sehen, wie viel unter dem A ist. Boah, das sieht ja fast nur nach 1200 aus. Oh, okay, schon dran. Seien Sie ein braves Mädchen und geben Sie mir, was ich will. Okay, ich hab schon verstanden. Hm. Genau. Verhandlung erfolgreich gestell... ...erpresst. Geschäft erpresst. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, gibt es hier unten etwas anderes außer... Oh, Zahltag. Sehr schön. Äh. Erpresste Geschäfte. Elf Stück. 13.000. Illegale Geschäfte. Sieben sind... Es gibt 10.000. Sieht man mal, wie viele Illegale Geschäfte da doch abwerfen. Gesamteinnahmen. 23.000. Tribut an die Corleones. 16. Äh. 70% muss ich abgeben. Ich krieg 7.000. Oh, sehr schön. Kann ich mir davon was nehmen? Oder werde ich aufgespießt, wenn ich... Hm. Okay. Ähm. Anscheinend gibt es hier unten keinen Chef. Das bedeutet, es gibt auch kein illegales Geschäft. Ähm. Kann man überprüfen, indem man auf der Karte einfach nachguckt. Und ja, es ist komplett übernommen. Wenn da noch ein illegales Geschäft wird, dann hätte das noch ein anderes... Ja, das entsprechende Symbol... Ähm. Praktisch noch an dem Laden. Ja, und jetzt sieht man auch, es ist komplett übernommen. Kein illegales Geschäft unten drin. Demnach komplett meins. Das bedeutet, speichern. Und auf zum... Wow. Äh. Auf zum nächsten Laden. Ups. Ähm. Ich glaub, ich brauche aber dann ein neues Auto, wenn ich wieder fahren will. Von daher... Versuche ich dann doch mal... so zu parken, dass dieses Auto hier nicht mehr zu fahren. ist. Ich hoffe mal, das reicht aus. Um den Fahrer dann an sich so abzuschrecken. Ähm. Vielleicht reicht ja auch schon die Beschädigung am Wagen selbst aus. Na, überschreiben wir den mal wieder. Gut. Mal sehen. Da ist die Wachsamkeit, aber das ist ja jetzt nicht so wild. Jetzt geht es erstmal wieder nach hier unten. Ach, ja, nee. Ich hätte noch eins weitergemacht. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Jetzt gucken wir mal nach den... ...Klirrisserti, Klirrisserti, wie auch immer, die sich nun nennen. Sollte ja einigermaßen sauber vonstatten werden. Obwohl, das war ja hier... Oh, ja, die Ecke mit der Polizei, die ist ja auch nebendran. Ähm. Da muss man ziemlich aufpassen, ne? Ähm. Die Zisten haben sie auch schon erledigt. Sehr schön. Die sind ja einstig dabei. Komm schon. Verdammt. Was will ich damit noch? Oh, oh, oh. Aufsteigen, aufsteigen, einsteigen. Das dauert zu lange. Lauf, 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 lauf. Ja, genau, bevor du umgeworfen wirst. Was wollte ich eigentlich verhindern? Ähm. Lustigerweise habe ich kaum... ...eine Suchstatus. Bis auf jetzt durch den Diebstahl, ein bisschen mehr gerade. So, eins, zwei... ...15 Erwachsamkeit für zwei Morden. Wow, 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 Moment, der lebt ja immer noch. Für einen Mord ist das 15. Komm schon, ich will den doch nur. Geh mir doch nicht so auf den Peps hier. Okay, dann fahr ich in die blöde Gasse. Wow, nein, ich fahr da nicht rein. Komm, raus, 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 bevor du umgeworfen wirst. Oder sonst was passiert. Gut. Dann probier ich's mal. Jemand muss die Polizei... Andere Neu-Oriente. Da hinten gibt's ja auch noch... Wow. Aha. 40 und 70, Respekt. Warum auch immer? Erst 40 und dann 70. Ähm. Vielleicht brauche ich den... Wow, was war das? Zum Glück war's nicht allzu stark. Nachladen. Mal sehen, hier hinten sollte ja noch eigentlich jemand zu finden sein. Und einen Verfolger sollte ich auch noch haben. Kein Verfolger? Okay. Dann wohl nur noch, ähm... Einer, der... Puh. Also, Respekt. Hat man... Hatte ich da die Filmrolle schon? Ja, genau. Das war ja die Stelle, wo die überhaupt erst war. Ähm. Jetzt mal sehen. Polizei ist ja eigentlich kaum hier. Demnach könnten rein theoretisch nur noch... ...barot hier sein. Okay. Komm schon. Jetzt hau den doch... Wie schwer kann es denn bitte sein, einen einzigen... ...zuhauen? Also bitte, ja? So schwer kann es ja jetzt wirklich nicht sein. Wow. Der war echt glatt. Ähm. Und ja, jetzt die Frage, hat die auch keine Schwachstelle? Unter dem... ...Anfang vom E. Das muss ich mir jetzt merken. Wenn ich mit Ihnen fertig bin. Okay. Das ist schon mal nicht die Druckstelle. Oder die Schwachstelle. Warum tun Sie das? Ähm. Und am Anfang vom E. Okay, dann... ...würde ich doch mal sagen, dass das ziemlich genau 200 sind. Ach, niemand schlägt einen Kopf? Loslassen! Ach, niemand schlägt einen Kopf? Wirklich? Polizei! Polizei! Ach, verdammt. Ist schiefgegangen. So ein Müll. Wieso muss das auch schiefgehen? Das ist doch mal. Ich bin. Nein. Ich bin. Ich bin. Ich bin.